Wir wollen wie immer beide Figuren zusammenbauen. Wir haben gestartet mit einem Wiegegrundschritt, die Lateinpromenade, Unterarmdrehung, 3, 4, der Rückwärtsverschiebegrundschritt, 1, 2 und 3, Laufaktion, Lauf, Lauf, 1, 2 und 3 und von hier aus können wir direkt in unser Swing in, 1, 2, 3, 4, Hangover, 5, 6, 1, 2 und 3.